die team mit dem netten dax ist wieder und maxi ja auch er nur nebenbei ist weil er da sein heißt es nochmals sein zeitraffer da macht bitte mal schlafen legen und wieder ja selbst schuld an gott nicht bei mir zu minecraft korte oder ist nicht abgestopft cool gott Oh fuck. Oh. Ähm. Ich überleg gerade. Kannst du? So theoretisch Wir sind gerade hell. Warum schlafen, Ding? Oh, es wird kackt. 60 große Truhen müssten doch eigentlich ausreichen, oder? Theoretisch, ja. Für ein Lager. Dann wäre das 1, 2, 3, 4 Oh, ja, stimmt, ja. 5, 6 7, 8 9, 10 Meuro, hast du mittlerweile mein Haus gesehen? Nö. Meuro, hast du mittlerweile sein Haus gesehen? Nö. Und jetzt? Nö. Aber jetzt sicher, oder? Nö. Wenn du nochmal fragst, nein. Ah, hier ist doch ganz, ganz sicher, oder? Nein. Warum dein Haus eigentlich? Hä? Weil momentan noch keiner da ist. Weil der Egoist, ja, der denkt nur alleine. Ja, und ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich das hier oben baue. Dementsprechend werde ich es jetzt so bauen, wie ich es jetzt baue. Logisch, oder? Ich muss ja jetzt noch ein Hör machen. Ich weiß ja, während ich das geplant habe, ungeplant habe, dadurch was anderes entstanden ist. Okay. Äh. Äh. Jetzt habe ich immer eine, habe ich meine Ernährung vergrößert. Das habe ich noch nicht mal angefangen. Oh, Mikroblocks machen schon Spaß, muss ich schon sagen. Auf jeden Fall. Ganzige Nachteile, man hängt so lange da dran. Ja, Maxi, du kannst mit rein. Mach das wieder Terraforming. Mach das. Ich glaube, ich bin bis jetzt der, der am meisten Terraforming betrieben hat. Kann sein, muss aber nicht. Wahrscheinlich. Das richtig Blöde ist ja, ich habe so gesagt, von wegen ihr findet meinen Bunker nie. Aber woran ich dabei nicht gedacht habe, ich habe das ja alles aufgenommen und nehme es weiter und sage, hey, lass bald bei YouTube hoch. Ja, aber Regel, wir dürfen nicht bei den anderen die Videos gucken. Auch dürfen wir nicht. User, join your channel. Hi Nilo. Hi. Sag Hallo in der Aufnahme. Willkommen in der Aufnahme. Ich habe gesagt, wir fangen doch nicht an. Ist egal, Maxi kann man auch schon dazu einfach so, also ist das irrelevant. Ach so. Mach ja gar nicht so, kann auch noch gerne Gelder dazu ziehen. Außerdem war das vor einer halben Stunde, dass wir das gesagt haben. Die wollten nicht. Ja. Und, Nilo, wie findest du das Haus? Ja, gut, nur ich muss nachher mal kurz was klären mit euch. Naja, passt schon. Was auch jetzt machen. Du, jetzt hält er seinen Limmel raus. Ja, jetzt, 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 jetzt kommt. Babu. Jetzt gibt's Beef, jetzt gibt's Beef. Nein, ich meine jetzt. Nee, was ich nur meine ist, Leute, ihr seid ja schon echt weit. Ich mach nur Heiserbau, ich mach nur Heiserbau, nichts anderes. Bei mir auch, ich hab nur ein bisschen gefahren zwischendurch und, ja, ich auch. Ja, weil, ja, ganz, ja. Ganz ehrlich, wie soll denn, wie soll zum Beispiel ich da herkommen, was ihr jetzt schon da gebaut haben mit euren 11, 12, 13 Folgen? Also, du musst, also wenn du mal vorbeikommen möchtest, ich kann dir gerne zeigen, was ich bis jetzt gebaut hab. Nilo, das ist, das hätt ich auch in ner halben Stunde geschafft, ich war nur zu faul, weil ich mir nicht... Also, wenn du mal vorbeikommen möchtest, vergiss es, ich hab nen Bunker, der ist halt. Nilo, das Einzige, was ich hier, also ich hab, glaub ich, fast die Hälfte von der Parts hab ich an Terraforming betrieben. Ja, aber ich hab immer noch gar keine Ahnung, wo, was ich, wo und wo ich mein Haus bauen will. Nilo, du musst so, Nilo, du musst das so sehen, wenn manche Leute schon weiter sind als andere, äh, also zum Beispiel, ich werd auf jeden Fall den anderen helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Hi, Hilfe. Und ich werd die Leute, die weiter sind als ich, einfach beklonen. Mhm. Viel Spaß. Ich erschieß dich einfach. Wohl, worauf magst du denn? Keine Ahnung. Ja, das wüsstest du wohl gerne. Der ist, äh, irgendwo zwischen uns und dem Spawn, hat der irgendwo seinen Bunker mal reingebaut. Ihr findet mich nie. Mal raus auf die Zeit geachtet. Wollen wir gestartet haben, oder? Ja. Ja. Ja, ich hab, ich hab's auf dem zweiten Bildschirm, hab ich laufen die Zeit. Ja. Achso, die müssen ja noch einmal. Oh. Ich hasse Microbox. Nein! Nilo, Nilo, wenn du, äh, irgendwas aus Diamanten haben, brauchst, sag Bescheid. Ich hab jetzt mal genug für'm, für'm Vorkosten. Alter! Wer ist das? Wer ist das? Nilo? Nilo hat dich gefunden. Oder hat er sich TP... Der hat sich definitiv geportet hierher. Meuro, das musst du ja sehen. Das musste bei dir stehen, Meuro. Ja, Maxi, das kommt davon, wenn du eine große Klappe schiebst. Du hässlicher Cheater, alter. Das kommt davon, wenn du eine große Klappe schiebst. Du Cheater, ey. Oh, äh. Oh, Gott, ich hab lang... Mir fällt jetzt eine lange Weile ein. Gut, äh. Ich schreib jetzt mal anders herum mit dabei... Ey! Das kommt davon, wenn man euch tömen will. So ein Cheater, alter. Okay, ich prob mich auf, wie du sagst, wenn ich nicht weiß, wo du bist genau. Weil ich den eigentlich den Ausgang finde. Okay. Wir spielen mit ein Cheater! Nö, wir spielen mit uns abatmen. Cheater an die Wand. Oh, das sieht so schön aus. Nido, kannst du mir auch helfen, einfach hier Terraforming zu betreiben? Ich muss doch selber Terraforming betreiben. Ja, ich meine, dass du dann eigentlich theoretisch direkt neben mir auskommst. Nido ist ein Cheater. Weil ich jetzt sowieso, ich verdiene wirklich alles. Schmiede, automatische Baumform und sowas. Alles neben mein Haus zu entsetzen. Ups, mach's nicht, er ist ein Cheater. Das geht jetzt nicht mehr los, ja? Er ist ein Marge, er kann sich doch nicht mehr auskommst. Bin ich jetzt schon, Ripper? Aber der alte Name, sorry. Komm mal da. Alper? Ja, wie verdimmt's. Hast du jetzt Maxi geteleportiert? Ja, Maxi ist. Aus was nehmen. Ein Maxi. Sorry, wie komm ich, kann ich Maxi noch mehr hier? Oh, Mann, ich kriege den Harten, ja, da bist du doch. Wir kriegen noch mal einen Maxi, wir zu mir. Ich bloche sein Versteck. Maxi, du musst in den Zin fliehen. Ah! Ich seh auf der Map die Orte, wo ich gestorben bin. Ich komm schnell wieder heim. Der kennt sein Haus an den Foduspunkten. Ich wollte gerade zu Jenna Zockt schreiben. Hey cool, das Schwein hat einen Pümpel auf dem Kopf, ich will den Hut haben. Du willst auch ein Schwein mit einem Pümpel sein. So, Maxi, bis wir zu Hause. Du bist ein Cheater. Sei ruhig, ich hab die gerade nach Hause gebracht. Du bist ein Cheater. Was? Hallo? Du bist ein Cheater. Ah, scheiße. Ach, diese Liebe zwischen euch. Ja, irgendwie schon, ja? Ja. Ich bin zu bestem Cheater. Hey, hier ist ein Skelett reingekommen. Ich bekomme hier ein Skelett reingekommen. Oh, Mann, Alter. Ich kriege... Oh, Alter, ich... Ich verfluche und liebe Micro-Glocks zugleich. Ich auch. Das ist ja so grässlich. Ich kann nicht mehr aufhören, dieses Gerüst zu bauen. Ich kann nicht aufhören. Ich muss immer weiterbohren. Ich will das immer weiter verbessern. Was ist das? Hallo? Ich möchte meine Sachen hier haben. Wo sind die? Die sind in deinem Grab, du Schlau. Dann töten wir eben das Skelett hier. Wollte ich mal... Töten! Wieso? Schau. Ah, das Geschrei immer. Amolro, siehst du, wir mussten nix machen. Toll, ich häng fest. Ey, wir fällig noch weg von meinem Boden. Ich häng gerade fest. Hallo? Ich kann nix machen. Ich hab gerade vor dem Framer-Sturz. Alter, ich kann wirklich nix machen. So, jetzt geht's wieder. Glaub ich. Wo hab ich mich in was verwandelt? Du bist ne Fledermaus. Äh, irgendwie... Mein Kopf ist gerade komplett am Abschmieren. Ist doch gut so, du Cheater. Sag mal, jetzt erstmal die Klappe. Ich hab die gerade jetzt zurück nach Hause gebracht. Sag mal, wieso ist jetzt hier noch ne zweite Fledermaus? Wer ist das? Das kann ich nicht. Ich hab bei mir einen Grabstein. Das ist wahrscheinlich ne richtige Fledermaus. Scheiße. Was ist? Ich... Allein durchs Zuhören, ey. Ich feier so gerade. Allein durchs Zuhören. Alter, jetzt geht nix mehr. Kaputt immer. Jetzt... Oh ja, das ist wirklich ne richtige Fledermaus. Ich hoffe, die Fledermaus putzen machen. Maxi ist voll paranoid. Weil der schon mal nicht paranoid ist. Bei euch Cheatern kann man nie wissen. Ja, vor allem wir. Das sind wir alle ein Cheater dreckiger Noob. Ja, ihr seid nicht alles Cheater. Ja, ja. Sag mal, Maxi, was machst du denn hier unten, dass die Welt so geil ist so gepackt? Das hast du verdient, du Cheater. Was glaubst du, was er da unten in seiner dreckigen Höhle macht? Das ist ein Abwehrmechanismus. Das aktiviert sich gleich. Ah, ich muss erstmal was essen. Verpiss dich hier. Ja, ich bin gleich weg. Lass mich doch jetzt erstmal in Ruhe landen. Scheiße, dieser. Lass mich nur wohl leben. Darf ich jetzt eben kurz was essen? Ja, ja. Nein. Das kannst du auch draußen machen. Jetzt hör auf, Alter. Ey, wieso ist mein Spawnpoint jetzt weg? Weiß es nicht. Ey, das ist doch scheiße. Das ist halt echt komisch, ey. Fantastische Kacke. So. Ist einfach so ein hässlicher Tiefel. Warum komm ich im Wasser? Bei dir raus. Jetzt porte mich wieder zu mir zurück. Ich bin doch gar nicht mehr bei dir. Ich hab mich grad zu Daxe geportet. Dann porte dich zurück zu mir. Wie kann ich mich denn bitte zurück zu dir porten? Keine Ahnung, dann porte mich zu mir. Wie soll ich dich denn zu dir porten? Das hast du eben auch geschafft. Ja, aber hab ich mich zu dir geportet. Du hast mich eben zu dir geportet und hast mich danach zurück zu mir geportet. Ja, weil ich da noch war. Also irgendwie gewählt grad selber. Ich bin schlau aus der ganzen Situation. Du bist ein hässlicher Tieter. Alter, ich bin aber auch der Leiter hier. Also Ruhe. Bist trotzdem ein hässlicher Tieter. Da uns in der Tieter schwinden, falls du noch nicht hast. Oh, jetzt wird aber besser. Das Lustige ist... Hm? Das Lustige ist gerade, gerade weil ich Maxi... Dass du ein Cheater bist. Nee, ich hab aber jetzt genau wieder eine Stelle, wo du wohnst, weil du mich getötet hast. Ja, siehst du, weil du ein hässlicher Cheater bist. Nee, weil du mich getötet hast. Ja, weil du getötet hast. Ach, nächste Folge nehme ich auch auf. Das ist lustig. Ja. Ich hasse jetzt zumindest bei euch eine Folge reinzuplatzen, dass es unheimlich ist. Ja, hast du doch schon. Und dann auch noch zu Cheaten. Hast du doch schon. Ja, aber dann auch noch dreist aufzunehmen. Und zu Cheaten. Sag mal, was hast du eigentlich für Probleme, Maxi? Ich war eigentlich gut. Du bist ein hässlicher Tieter. Leute, ich bin mir schlafen länger. Kann ich. Musst du mir nach Hause, weil ein hässlicher Tieter mich getötet hat. Eigentlich kommt es raus. Ja, aber mein Gott. Ich komme und kämpfe jeden da hin. Ja. Ich habe drei Päten. Yeah. Obdachlos. Obdachlos. Mal rum, Trebsüge, gerade rum. Ja, im Haus. Darf ich gleich mal zu suchen kommen? Ja, das ist doch. Wenn die Leute hier in der Richtung sind, die frag ich ja. Marco, liegst du mit? Langs Zeit schon. Da, äh. Warte, ich weiß, die Leute auf dem Server. Nee, ich lebe nicht. Danke. Wo ist der Fett? Bei mir zu Hause. Oh, nee. Ja, ja, Leute. Slash, kick. Maxi, weihle dich. Ist es jetzt viel Tag? Nein. Vielleicht wenn du nicht mehr im Bett liegst. So, slash, kick. Nein, mir geht gerade gar nichts mehr. Solche. Äh, loll. Okay. Ja, aber. Äh, äh. Das muss ich jetzt mal aufpassen, ja? Äh, Nilo, LP, 509, MaxiKid, XD, wurde aus dem Spiel geboren.